Nachhaltigkeit ist für uns bereits seit über zehn Jahren ein wichtiger Teil unserer Marken-DNA. Mit dem Ziel, die nachhaltigste Schultaschenmarke zu sein, möchten wir einen Beitrag leisten. Einen Beitrag für eine Welt, in der Kinder Kinder sein können. Für uns ergibt es sehr viel Sinn, bereits verwendeten Materialien ein zweites Leben zu schenken. Aus diesem Grund verwenden wir von Anbeginn in all unseren Rucksäcken Stoffe, die aus recycelten PET-Flaschen hergestellt werden und machen so seit über zehn Jahren Flaschen zu Taschen. Um unseren ökologischen Fußabdruck möglichst gering zu halten, achten wir sehr auf einen effizienten Einsatz unserer Ressourcen. Durch die Verwendung von recycelten Materialien können wir im Vergleich zu Polyesterstoffen aus Rohöl unsere Abwassermenge um 20 Prozent, den Energieverbrauch um 50 Prozent und die CO2-Emissionen um ganze 60 Prozent reduzieren. Zudem sind wir BlueScience Systempartner und verfolgen die Maxime, erst gar keine schädlichen Stoffe in der Herstellung zu verwenden. So verhindern wir, dass gefährliche Chemikalien wieder an die Umwelt abgegeben werden und Mensch und Natur schädigen. Wir nennen es kein Quatsch rein, kein Quatsch raus. Fakt ist, jedes produzierende Unternehmen stößt CO2 aus, zum Beispiel durch Verwendung von Strom. In Zusammenarbeit mit Timelpartner berechnen wir bei unseren BlueScience Produkten den entstandenen CO2-Ausstoß und kompensieren diesen durch Waldaufforstungsprojekte. Wir übernehmen auch für die Menschen, die unsere Schultaschen in Handarbeit zusammennähen, soziale Verantwortung. Wir sehen unsere Produzenten als geschätzte langfristige Partner. Zusätzlich prüft die Fairware Foundation die Arbeitsbedingungen und hat uns zum wiederholten Male den bestmöglichen Status als Leader verliehen. Mit unserem zeitlosen Design, den vielen Individualisierungsmöglichkeiten und einer hohen Verarbeitungsqualität sorgen wir dafür, dass auch du lange Freude mit deinem Airbag haben wirst.